Hurra, das Apothek-Weinkistl im Mai ist da und bringt herrlichen Wien-Wein vom Alexander Zahel aus Mauer. Wien, ein Traum, die einzige Hauptstadt der Welt mit nennenswertem Weinbau. In diesem traditionsreichen Weinbaugebiet am südwestlichen Rand in Mauer sitzt der Alexander Zahel. Die Zahels haben einst den Wiener gemischten Satzsalon fähig gemacht. Heute sind sie das erste voll Demeter zertifizierte Weingut der Stadt und ein Vorzeigebetrieb mit einem superheurigen. Aber vor allem spricht ihr Wein für Wien und für sich. Erstens mit dem Wiener gemischten Satz DRC, ein gemischter Satz vom besten Platz. Zweitens mit dem grünen Weltliner Goldberg 2018, ein grüner Weltliner vom Laherberg, spornt an zu einem guten Werk. Drittens mit dem Orange Tee 2018, eine echte Rarität von bester Qualität. Alles neu macht der Mai, erst recht mit diesen drei. Viel Spaß wünscht der Apotheker. Philipp Geimüller Philipp Geimüller